27. März 1995, Mailand, Italien. Der 46 Jahre alte Geschäftsmann Maurizio Gucci ist wie immer um diese Uhrzeit auf dem Weg zur Arbeit. Pünktlich erreicht er sein Büro. In der Eingangshalle begrüßt er den Wachmann. Der seinen Gruß erwidert. Was keinem auffällt, ist ein Mann, der Maurizio verfolgt. Immer schneller wird, bis er direkt hinter ihm steht. Plötzlich ertönt ein lautes Klicken in der Eingangshalle. Der Wachmann sieht noch, wie Maurizio sich umdreht und zu Boden geht. Er eilt herbei. Es klickt noch einmal. Ein pochender Schmerz beginnt im Arm des Wachmanns. Ehe dieser weiß, was geschieht, steigt der Mann in ein Auto und verschwindet in den Straßen von Mailand. Prada, Chanel, Versace. Was sind das für Namen? Richtig, Luxusmarken. Wer in diesen Modeunternehmen einkauft, der hat's geschafft. So sagt man zumindest. Doch scheinbar ist es wohl auch eine Art Klischee, dass jedes dieser Modehäuser früher oder später von einer Tragödie heimgesucht wird. Heute geht es um das italienische Unternehmen Gucci. Gucci wurde 1921 von dem Unternehmer Guccio Gucci gegründet. Das Modeunternehmen verkaufte teure Handtaschen, die sich wachsender Beliebtheit erfreuten. Bereits in den 50er Jahren expandierte die Firma weltweit. In den 70er Jahren kamen dann weitere Produktionen hinzu, wie Kleidung, Accessoires und Parfüm. Gucci machte Einnahmen in Millionenhöhe, was für damalige Verhältnisse sehr viel war. Doch eine richtig überall bekannte Luxusmarke war das Unternehmen da noch nicht. Die Gewinnspanne war nicht sonderlich hoch. Luxusgüter herzustellen ist sehr kostspielig. Was Gucci zur absoluten Luxusmarke fehlte, war eine fähige Führungskraft. Und die gab es nicht. Darum entbrannte in den 50er Jahren ein Streit in der Chefetage. Das Problem war, Gucci war ein Familienunternehmen. Und zu viele Familienmitglieder waren involviert. Die Firma war unter den Nachkommen des Gründers aufgeteilt. Genauer gesagt, drei Söhne hatten Firmenanteile. Aldo, Vasco und Rodolfo. Es war auch im Testament festgelegt, dass Gucci in Familienbesitz bleiben muss. Guccio meinte es mit dem Verteilen der Firmenrechte sicherlich gut. Aber, wie sagt man so schön, zu viele Köche verderben den Brei. Der eine Sohn kam an, er macht nun seinen eigenen Store auf. Der andere meinte, er macht jetzt seine eigene Kollektion. Der dritte sagte, Moment mal, das erlaube ich euch nicht. Und so weiter. Alles finanziert mit dem Gewinn der Firma. Ohne Rücksichtnahme. Es kam, wie es kommen musste. Zwischen den drei Brüdern brach ein furchtbarer Streit um die Firma aus. In den 80er Jahren sah es so aus, als würde Gucci bald zerfallen. Das Unternehmen schrieb bereits rote Zahlen. Die Familienmitglieder konnten und wollten sich nicht einigen, wer was darf und was nicht, wie es weitergehen soll. Und da kam er auf den Plan. Maurizio Gucci. Maurizio Gucci wurde am 26. September 1948 geboren. Er war das einzige Kind seines Vaters Rodolfo. Maurizio wuchs sehr isoliert auf. Seine Mutter verstarb, als er fünf war. Sein Vater war als Schauspieler. Mit dem Tod seiner Frau stieg auch er in die Firma ein. Maurizio wird als sehr schüchternes und ruhiges Kind beschrieben. Mit 15 übernahm auch er eine Rolle im Familienunternehmen. Er arbeitete im Lager, wo die Pakete verpackt werden. Als Gucci in den 80er Jahren der Bankrott drohte, war es Maurizio der Aufstand und meinte, es reicht, so viele Menschen können keine Firma leiten. Nur einer sollte in Zukunft das Sagen haben. Das führte natürlich zu noch mehr Streitereien in der Familie. Jeder wollte der Chef sein. Bei einer Sache waren sich jedoch alle einig. Maurizio an der Spitze von Gucci? Nie im Leben. Für dieses Denken gab es eine Menge gute Gründe, aber einer davon übertrumpfte alle. Nämlich sie, Patrizia Reggiani, Maurizios Ehefrau. Die beiden hatten sich in den 70er Jahren auf einem Debutantinnenball kennengelernt. Schnell verlobt und, naja, die Familie Gucci mochte sie nicht sonderlich. Maurizios Vater, Rodolfo, bezeichnete sie wortwörtlich als geldgierige Aufsteigerin, die nur Geld im Kopf hat. Als Maurizio seinen Vater darüber informierte, dass er Patrizia heiraten wird, war dieser dagegen. Merkst du nicht, dass die nur auf dein Geld aus ist? Doch Maurizio blieb stur, auch als sein Vater ankündigte, ihn aus der Firma zu werfen. Er heiratete seine Patrizia und bekommt zwei Töchter mit ihr. Er hatte am wenigsten Ahnung von allen, wie man eine Firma leitet. Und selbst wenn, niemand wollte Patrizia in dieser Position haben. Denn eines war klar, was Maurizio gehörte, das beherrschte Patrizia. Patrizia Reggiani ist am 2. Dezember 1948 in sehr armen Verhältnissen geboren und aufgewachsen. Die Beziehung zu ihrer Mutter war nie sonderlich gut. Denn diese machte kein Geheimnis daraus, dass sie ihre Tochter als lästig empfand. Ihren biologischen Vater hat Patrizia nie kennengelernt. Aber ihr Leben änderte sich, als ihre Mutter einen reichen Unternehmer heiratete. Ferdinando Reggiani. Dieser adoptierte Patrizia, die nun plötzlich ein sehr luxuriöses Leben führen durfte. Laut eigener Aussage kam es für sie nie in Frage, dass sie einmal arbeiten geht, und darum suchte sie sich, sobald sie alt genug war, einen Mann, der ihr dieses Leben finanzieren soll. Ihre Wahl fällt auf Maurizio Gucci. Er verliebte sich sofort in sie, weil sie Ähnlichkeit mit Elizabeth Taylor hatte. Sie dachte zuerst, er sei ein Versager, weil er einen billigen Wagen fuhr. Der schüchterne junge Mann mit wenig Lebenserfahrung war für sie wie geschaffen. Er hatte wenig Selbstbewusstsein. Patrizia hatte ein leichtes Spiel. Sie krempelte Maurizio vom Fleck weg um. Das neben dem Kontostand und dem einflussreichen Namen, auch noch das Aussehen und der Charakter dem Standard in Sprach, den sie wollte. Wenige Tage nach ihrem ersten Treffen schleppt sie ihn zum Friseur und Zahnarzt. Weil sie meinte, er braucht eine neue Frisur und man müsse etwas gegen seinen schiefen Schneidezahn unternehmen. Sie drängte ihn dazu, wieder zur Schule zu gehen und sein Jurastudium abzuschließen. Dieses Umkrempeln wurde von ihr aus damit begründet, sie wolle aus ihm einen richtigen Mann machen. Sie hatte laut Zeugenaussagen eine fiese, unangenehme Art, alle Dinge im Raum an sich zu nehmen. Sie wollte immer alles kontrollieren und tobte, wenn sie ihren Willen nicht bekam. Es war deutlich, dass Patrizia hier nur hinter Maurizios Geld und Namen her war. Das sei jeder. Das heißt alle, bis auf Maurizio. Der war über beide Ohren verknallt und sich sicher. Patrizias Zuneigung ist aufrichtig. Die Familie Gucci hat sie nie als vollwertiges Mitglied akzeptiert. Maurizios Vater Rodolfo blieb der Hochzeit fern. Und darum wollte keiner, dass Maurizio die Firma übernimmt. Patrizia wird hier wieder nur alles an sich reißen und alles bestimmen. Beim Streit zwischen Vater und Sohn ist es auch wieder Patrizia, die hier interveniert. Sie sagte Maurizio nach zwei Jahren, Funkstille, geh und vertrag dich mit deinem Papa. Du brauchst deinen Platz in der Firma. Der gutmütige Rodolfo knickt dann auch ein, weil er es auch nicht übers Herz bringt, seinen einzigen Sohn zu enterben. Mit dem beigelegten Streit bekam Maurizio auch eine Position als Manager bei Gucci. Übrigens, die Idee, dass Maurizio Gucci alleine leitet, die kam auch von Patrizia. 1983 erreichte der Streit in der Familie Gucci dann ein ganz anderes Level mit dem Tod von Maurizios Vater Rodolfo. Danach haben sie sich alle gegenseitig verklagt. Jeder hat alles Mögliche über den anderen behauptet. Aldo Gucci, Maurizios Onkel, meinte, sein Neffe hat Unterschriften gefälscht, um der Erbschaftssteuer zu entgehen. Der Streit in der Familie Gucci war eine Zeit lang so übel, dass Maurizio für ein paar Jahre in der Schweiz leben musste. Seine Familie hatte ihn wegen Steuerhinterziehung angezeigt. Aldo selbst ging auch ein Jahr ins Gefängnis, weil sein eigener Sohn ihn wegen Steuerhinterziehung angezeigt hatte. Das Ganze fand total in der Öffentlichkeit statt, also wenn die sich nicht über Anwälte gestritten haben, dann haben sie sich in Interviews gegenseitig verhöhnt. Maurizio war sicher, die Firma wird nur eine Zukunft haben, wenn nur einer das Sagen hat. Er sei der Beste für diesen Job. Der Rest der Familie meinte, er sei dafür vollkommen ungeeignet. Er sei ein Träumer, der sich nicht fünf Minuten am Stück konzentrieren könnte. Er ist nicht in der Lage, das alles zu leiten. Sagen wir mal so, fair gekämpft hat hier niemand. Jeder in dieser Familie hatte Dreck am Stecken. Am Ende gelingt es Maurizio, jeden aus der Familie Gucci dazu zu bringen, sein Interesse an der Leitung der Firma aufzugeben. 1989, nach mehreren Jahren des Rechtsstreits, wird Maurizio der alleinige Chef von Gucci. Doch mit dem Platz im Chefsessel begangen die Probleme erst richtig. Dieser über Jahre andauernde Streit hat der Firma eine Menge Geld gekostet. Maurizio blieb am Ende nichts anderes übrig, als Firmenanteile zu verkaufen. Genauer gesagt 50 Prozent an das Investmentunternehmen Investcorp. Er blieb zwar die Geschäftsleitung, hatte jetzt aber weniger zu sagen. Für die Familie war das eine Zumutung. Gucci sollte ein reiner Familienbetrieb bleiben. Maurizio ist sich sicher, er hat die Firma gerettet. Jetzt arbeiten bei Gucci Menschen mit Erfahrung in dieser Branche. Menschen, die sich ihre Position erarbeitet haben, die mehrere Betriebe kannten und neue, aufregende Ideen mit sich brachten. Unter der Leitung von Maurizio verdoppelte sich der Gewinn der Firma. Doch dieser Erfolg veränderte ihn auch. Die Tatsache, dass er alleine das Erbe seines Großvaters auf ein ganz anderes Level brachte, gab ihm ein unglaubliches Gefühl der Macht. Menschen, die Maurizio nahe stehen, sagen, in dieser Zeit hat er sich verändert. Er gab auf einmal viel mehr Geld aus. Er war aufmümpfig, überheblich, eingebildet. Seine Ehe mit Patricia bestand in dieser Zeit auch nur noch auf dem Papier. Bereits 1985 hatte er sich von seiner Familie verabschiedet. Er sagte zu seinen Töchtern, er würde für einen Business-Trip packen. Er kam nie wieder nach Hause. Einen Tag später schickte er einen Freund zu Patricia, der ihr mitteilen sollte, dass die Ehe beendet ist. 1990 kam dann heraus, dass Maurizio eine neue Lebensgefährtin hat. Eine Frau namens Paola. Sie war eine Kindheitsfreundin von ihm. Patricia gab als Antwort diverse Interviews in der Klatschpresse, wo sie sich lauthals in allen Details über Maurizio beschwerte. Sie schimpfte auch über seinen Aufenthalt in der Schweiz. Wer nichts verbrochen hat, der geht da doch auch nicht hin. 1992 wurde bei ihr ein Gehirntumor entfernt und auch da klagte sie, dass Maurizio sich in dieser Zeit kein einziges Mal gemeldet hat oder ihr irgendwie Unterstützung zukommen ließ. Er hat nur versucht, aufgrund ihrer Erkrankung, sie für unzurechnungsfähig erklären zu lassen. Maurizios anfängliches unternehmerisches Geschick erwies sich leider schnell als einmalige Sache. Gucci rutschte schnell wieder in die roten Zahlen. Maurizio stößt das Unternehmen ab. 1993 verkauft er die restlichen 50% an Investcorp. Mit dem Erlös zahlt er seine Familienmitglieder aus und baut sich eine neue, eigene Firma auf. Was für ein Chaos. Doch die traurige Krönung sollte noch folgen. In den Morgenstunden des 27. März 1995 wird Maurizio von einem Mann in Jeansjacke und Baseballmütze in den Eingangsbereich seiner Firma verfolgt und mit mehreren Schüssen niedergestreckt. Der Wachmann wird ebenfalls verletzt. Jetzt war nicht die Frage, wer hatte ein Motiv, sondern wer nicht. Wie ihr in den letzten Minuten erfahren habt, Maurizio war bei vielen nicht sonderlich beliebt. Er hatte die Firma zerstört, für die seine Großeltern alles gegeben haben. Die Liste der Verdächtigen füllte wahrscheinlich ein ganzes Buch. Die Presse hat natürlich auch spekuliert, bis zum geht nicht mehr, sogar von einem Fluch war die Rede. Ihr könnt euch sicher vorstellen, was das für ein Aufwand war, all die Personen zu überprüfen, die in Frage kamen. Die Ermittlungen zogen sich wie Kaugummi. Eines war von vornherein klar, diese Tat war ein Auftrag. Der Mann, der das getan hat, hat einen Schalldämpfer benutzt und ein Auto stand bereit, das ihn sofort wegbrachte. Diese Person zu finden ist eine Sache, das dann aber dem Auftraggeber auch noch nachzuweisen, die andere. Nach vielen, vielen Stunden, Tagen, Wochen, Monaten des Befragens will die Polizei eigentlich aufgeben. Es war zwecklos. Keine Spur führte auch nur im Ansatz zu einer Lösung dieses Falls. Sicherlich haben sich auch alle Verdächtigen gegenseitig beschuldigt. Nur aufgeben war keine Option. Die Familie Gucci war eine Art Adelsfamilie in Italien. Ihr Name hatte dort großes Gewicht. Darum mussten die Beamten weitermachen. Und zwei Jahre später, als es eigentlich gar keine Hoffnung mehr gab, kam es endlich. Das entscheidende Puzzleteil, das die Lösung brachte. Ein anonymer Anrufer möchte mit dem Polizeichef sprechen. Die Person gab an, ein Mann namens Ivano Savioni hätte damit geprahlt, dass er etwas damit zu tun hat, was Maurizio Gucci zugestoßen ist. Die Beamten gehen dem Hinweis nach und tatsächlich, Ivano gibt im Verhör alles zu. Man habe ihm dafür viel Geld angeboten. Involviert waren außerdem noch zwei weitere Männer. Oratio Cicala, der Mann, der das Fluchtorto fuhr, und Benedetto Ceraulo, der Mann, der die Tat ausgeführt hat. Alle drei wurden engagiert. Von einer Frau namens Pina Auremia. Pina war eine Wahrsagerin-Zauberin-Psychologin der High Society. Als sie von der Polizei aufs Revier gebracht wird, ist sie erleichtert. Sie sagte, endlich habt ihr mich gefunden. Mit dem Gewissen zu leben war furchtbar. Sie erzählt den Beamten sofort, dass sie all das hier organisiert hat. Sie war zu jener Zeit in großer Geldnot. Darum habe sie in, Zitat, einem Moment der Schwäche dem Bitten einer Freundin nachgegeben, die großes Interesse daran hatte, dass Maurizio nicht mehr da ist. Tja, und wer war diese Freundin? Patrizia Reggiani Pina und Patrizia waren nicht nur Freundinnen, sondern auch sowas wie Schwestern. Die beiden vertrauten sich absolut alles an. Pina bekam mit, wie Patrizia in ein Loch fiel, als Maurizio sie verließ. Immer öfters habe sie über ihn geschimpft. Insbesondere als Paola ins Spiel kam. Maurizio ließ wegen ihr seine Familie links liegen. Und als er 1994, nach neun Jahren Trennung, offiziell die Scheidung einreicht und Gerüchte die Runde machen, dass er plant, seine Lebenspartnerin Paola zu heiraten, war das Maß voll. All die Jahre hat Patrizia sich bemüht, Maurizio zu dem zu machen, der er jetzt ist. Und jetzt lebte er dieses Leben mit einer anderen. Das war nicht akzeptabel. Immer öfters erklärte sie gegenüber ihrer Freundin Pina, dass sie will, dass Maurizio verschwindet. Pina hatte Schulden. Und sie kannte da gewisse Menschen, die in dieser Hinsicht zwar noch nie negativ aufgefallen waren, aber die auch alles für Geld machen würden. Und so gab sie ihrer Freundin nach. Wie viel Geld sie dafür bekommen hat, ist nicht ganz klar. Die Quellen widersprechen sich hier. Es waren wohl zwischen 200.000 bis 500.000. Pina beauftragt, die drei Männer den Plan an einem Tag durchzuführen, an dem die Karten günstig stehen. Doch sie sagte später einmal, als sie es dann aus den Nachrichten erfahren hat, dass das alles geklappt hat, war sie sofort voller Reue. Sie dachte sich, was hast du da getan? All die Jahre bekam sie Panik, wenn sie einen Polizisten sah. Immer wieder sei sie in Gedankenversunken durch die Stadt gelaufen und fand sich plötzlich vor einer Polizeidienststelle. Doch sie sagte sich immer, sie muss das für sich behalten. Patricias Kinder würden dann auch keine Mama mehr haben. Am 31. Januar 1997 wird Patrizia Reggiani verhaftet. Die Beamten stehen in den Morgenstunden vor ihrer Tür. Die ahnungslose Patrizia öffnet verschlafen im Nachthemd die Tür und staunt nicht schlecht. Sie darf sich vorher natürlich noch zurecht machen. Sie steht dann vor den Beamten, unter anderem in einem teuren Pelzmantel und in ihrem edelsten Schmuck. Der Polizeichef erwidert daraufhin, ist dieser Aufzug nicht etwas unangebracht dafür, wo wir jetzt hingehen. Worauf Patrizia nur erwidert, mein Pelz und mein Schmuck geht dahin, wo ich hingehe. Sie sagte aber auch, sie wüsste ganz genau, warum die Beamten hier sind. Eine der beiden Töchter kam in dem Moment auch dazu. Sie ist durch den Krach logischerweise aufgewacht. Sie sieht ihre Mutter an und sagt, Mama, was hast du getan? Worauf Patrizia schulterzuckend und genervt erwidert, das ist meine Sache. Es folgte ein spektakulärer Gerichtsprozess. Patrizia stellte sich als die Unschuldige dar. Sie habe lediglich ihrer Freundin Pina Geld geliehen. Nie im Leben dachte sie, dass sie damit solch einen Plan auf die Beine stellen würde. Tatsächlich hat Patrizia die drei Männer nie getroffen. Jedoch wurde ihr zweifelsfrei nachgewiesen, dass dieser Plan auf ihrem Rücken entstanden ist. Pina war nur der Handlanger. Das belegen unter anderem diverse Einträge in ihrem Tagebuch. Ein Satz darin lautet, es gibt kein Verbrechen, das man nicht für Geld kaufen kann. Der Tag, an dem das mit Maurizio passiert ist, da schrieb sie nur ein einziges Wort. Paradisos. Das griechische Wort für Paradies. Die Ermittler kommen zu dem Entschluss, dass sie das alles in die Wege geleitet hat aus Eifersucht und Habgier. Maurizio plante nach seiner erneuten Hochzeit mit Paula, den monatlichen Unterhalt seiner Ex-Frau zu reduzieren. Sie bekam 120.000, er wollte das auf 71.000 reduzieren. Und beim Geld verstand Patrizia bekanntermaßen keinen Spaß. Und das war auch das Motiv. Die fünf Angeklagten werden am Ende zu Haftstrafen zwischen 25 und 30 Jahren verurteilt. Patrizia erhält 29 Jahre. Im Jahr 2000 versuchte sie gegen das Urteil vorzugehen. Sie behauptete, der Prozess müsse neu aufgerollt werden, weil der Tumor, den sie einst hatte, ihre Persönlichkeit verändert hat. Das Ganze wurde abgewiesen. Sie hat daraufhin versucht, ihr Leben zu beenden. Das hat aber nicht geklappt. Auch wenn Patrizia auf dem Papier kein Gucci mehr war, sie war immer noch schwer reich. Solche Menschen bekommen im Gefängnis eine andere Behandlung. Sie hatte nach einigen Jahren regelmäßig Freigang. Ihr Friseur durfte sie besuchen, ihr Zahnarzt. Irgendwann erwirkte sie, dass eines ihrer Haustiere dauerhaft bei ihr sein durfte. Sie gab im Laufe der Jahre immer wieder Interviews. In einem davon sagte sie, ich sehe mich selbst nicht als schuldig. Unschuldig bin ich aber auch nicht. All das war nur eine ungünstige Verkettung an Ereignissen. Die Wahrheit ist eine Tochter der Zeit. 2010 wurde Patrizia angeboten, dass man sie vorzeitig entlassen würde, wenn sie sich dazu bereit erklärt, an einem Arbeitsprogramm teilzunehmen. Sie lehnte es ab mit den Worten, ich habe noch nie in meinem Leben gearbeitet und ich werde auch jetzt nicht damit anfangen. Im Oktober 2016 wird sie schließlich wegen guter Führung nach 18 Jahren entlassen. Sie muss aber drei Jahre gemeinnützige Arbeit leisten, wenn sie frei bleiben will. Patrizia meinte, das sei in Ordnung. Sie freue sich drauf. Sie könne sich vorstellen, auch für Gucci zu arbeiten. Selbstverständlich gab sie nach ihrer Entlassung auch ein Interview. Inzwischen macht sie auch kein Geheimnis mehr daraus, dass sie nichts in dieser Sache bereut. Sie meinte, sie hat Maurizio nie gehasst, aber das, was ihm passiert ist, war ihr gutes Recht. Rache ist ihr Recht. Er habe sie respektlos behandelt. Sie habe es damals aus den Nachrichten erfahren und sie empfand in diesem Moment solch eine Freude. Endlich war die Person, die all ihre Probleme verursacht, weg. Auch wenn sie danach ein Gefühl der Einsamkeit überkam. Der Reporter fragte sie auch, warum sie es nicht selbst getan hat. Sie meinte, sie sieht schlecht. In der Haft habe sie nichts gelernt. Sie kam ja schließlich raus, wie sie reinkam. Ohne Probleme. Ihre ehemalige beste Freundin Pina ist seit 2010 wieder draußen. Sie sagte in einem Interview, sie wolle Patrizia nie wieder sehen. Sie schäme sich so sehr für das, was passiert ist. Sie will mit diesem Menschen nichts mehr zu tun haben. Leider muss ich auch sagen, dass Patrizias Leben in Freiheit auch wirklich genauso ist, wie es vorher war. Ich hatte ja schon gesagt, dass sie im Monat Unterhalt bekam. Dieser wurde ihr auch in Haft weitergezahlt. Damit hatte sie nach ihrer Entlassung 24 Millionen auf dem Konto. Ihre beiden Töchter wollen heute nichts mehr mit ihr zu tun haben. Sie haben auch versucht, die Bank zu verklagen. Sie meinten, es kann nicht sein, dass ihre Mutter nach all dem, was passiert ist, immer noch eine reiche Frau ist. Doch Maurizio legte dieses Unterhaltskonto in der Schweiz an und legte dort die Bedingungen fest. Die Gesetze dort sind sehr streng und das Gericht sagte, dagegen kann man nichts machen. Das Konto wurde zwar eingefroren, aber mit dem Absitzen der Strafe bekam Patrizia wieder Zugang auf das gesamte Geld. Er hatte es eröffnet, drei Jahre bevor das alles passiert ist. Und das ist kein Erbe, das ist ein Dauerauftrag. Dagegen kann man nichts machen. Die beiden Töchter leben heute auch in der Schweiz. Patrizia meinte, sie würden sie halt einfach nicht verstehen. Traurig finde sie nur, dass sie ihre Enkel bis heute nie gesehen hat. Der Grund, warum ich euch heute diese Geschichte erzähle, ist, dass alles ist derzeit aktueller denn je. Denn nach vielen Jahren der Diskussion wird dieser Fall verfilmt. Ende diesen Jahres kommt er in die Kinos, Sängerin und Schauspielerin Lady Gaga in der Rolle der Patrizia Reggiani, Adam Driver als Maurizio. Die Dreharbeiten haben, wie man so schön sagt, ein wenig Staub aufgewirbelt. Zum ersten Mal seit Jahren traten deswegen ein paar Nachkommen der Familie Gucci wieder in die Öffentlichkeit. Maurizios Cousine, die auch Patrizia heißt, äußerte sich auf Facebook. Sie meinte, der Film sei eine Frechheit. Hollywood mache Geld aus ihrer Familiengeschichte und konzentriere sich dabei nur auf das Drama. Ihr Vater Aldo war ein eleganter Mann. Im Film sei er klein und übergewichtig. Patrizia Reggiani hat sich inzwischen auch geäußert, Zitat, Ich wollte dieses Zitat unbedingt in dieses Video reinnehmen, weil Die Sängerin hat darauf nie geantwortet. Patrizia Reggiani wird auch heute noch die Schwarze Witwe genannt. Sie war eine Frau, die Geld und Reichtum über alles liebte. Sie konnte ohne ihren Mann leben, aber nicht ohne das Geld und ihren Status. Der Aufstieg und Fall der Familie Gucci ist eines der bekanntesten Themen der Modewelt. Verzeiht mir, dass ich nicht auf jeden Einzelnen eingehe. Das Thema ist wahnsinnig facettenreich und kompliziert. Ich wollte an dieser Stelle den Fokus auf den Fall legen. Die Töchter von Patrizia und Maurizio leben heute in der Schweiz. Es gibt da auch Gerüchte, dass die beiden Steuerhinterziehung betrieben haben und deswegen dort wohnen. Und die Firma Gucci an sich? Gucci ist heute eine der Top-Luxus-Marken der Welt. Und das liegt an ihm, Tom Ford. Der Modedesigner hat seit 1990 für Gucci gearbeitet. 1994 übernahm er mit einem Rechtsanwalt die Leitung des Modeunternehmens. Er hat das Label von Grund auf umgekrempelt. 1995 gelang ihm mit seiner zweiten Kollektion der Durchbruch. Der Erfolg kam für Tom Ford kometenartig. In den ersten Monaten verdoppelte er das Einkommen von Gucci. Im zweiten Jahr stieg der Umsatz um 90 Prozent. Der Firmensitz wurde nach London versetzt. Ford hatte diese ganzen Ideen eigentlich schon viel früher gehabt. Doch Maurizio hielt ihn, als ihm noch 50 Prozent der Firma gehörte, immer an der kurzen Leine. Er war der Meinung, er weiß alles besser als Tom. Und auch nachdem er Gucci verließ, um sein eigenes Label zu gründen, der Erfolg der Firma riss nie wieder ab. Nachdem Maurizio nicht mehr da war, wurde Gucci zu dem, was er daraus machen wollte. Bis heute hat das Logo diese zwei Gs, die stehen nach wie vor für Guccio Gucci. Und der Name steht heute mehr denn je für Reichtum und Luxus. Wie immer frage ich zum Schluss, wer kannte diese Geschichte? Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.